Sicher unterwegs. Die automatische Türverriegelung in Ihrem BMW mit Operating System 8 sorgt dafür, dass Sie Ihrem Fahrzeug sicher sind. Zu Beginn der Fahrt verriegelt das Fahrzeug automatisch alle Türen, sobald Sie 16 kmh erreichen. In den Einstellungen können Sie festlegen, ab wann die Türen wieder entsperrt werden. Gehen Sie auf Türen und Fenster und ver-entriegeln. Wählen Sie nach Fahrtende entriegeln, werden die Türen entsperrt, sobald Sie den Motor mit der Start-Stop-Taste ausschalten. Durch Drücken der mittleren Verriegelungstaste können Sie bei Geschwindigkeiten unter 16 kmh ganz einfach Fahrgäste mitnehmen. Und natürlich können Sie die Türen jederzeit manuell von Ihnen öffnen, indem Sie am Türgriff ziehen. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017